Sei glücklich! Diesen Erfolgstipp habe ich von Moderator und Entertainer Ross Anthony bekommen. Genau darüber schreibe ich heute in meinem Blogbeitrag. Denn es ist verhältnismäßig einfach glücklich zu sein. Was scheitert oft dran? Die Kommunikation, ob verbal oder nonverbal. Denn die Kommunikation ist der Auslöser für jeden Krieg, für jeden Zwist. Was kannst du jetzt tun, damit du glücklicher bist, indem du möglicherweise anders kommunizierst? Was du tun kannst und wie das geht, findest du jetzt in meinem Blog auf www.normen-graeter.com